Mein Name ist Marcel Maltritz. Ich bin 43 Jahre alt, ehemaliger Profifußballspieler aus Bochum und jetzt stolzer Besitzer der Paddelanlage hier in Bochum Langdre. Leistungssport und Gesundheit ist vielleicht ein schwieriges Thema, weil Leistungssport einfach nicht für den Körper gesund sein kann, weil man von klein auf eigentlich fünf, sechs Trainingseinheiten in der Woche zu absolvieren hat und die Schäden kommen meistens nach der Karriere, dass man vielleicht nicht mehr joggen gehen kann oder andere Sportarten ausüben kann, weil der Körper einfach über die ganzen Jahre Hochleistung absolvieren musste. Ich habe meine ersten Übungen oder Profifußballerfahrungen schon in Magdeburg sammeln können, weil man da auch zu Oberliga, Regionalligazeiten im Seniorenbereich schon unter Profibedingungen trainiert hat. Den Profieinstieg in der Bundesliga habe ich mit dem VfL Wolfsburg im Winter 1999 gemacht und von da habe ich dann 15 Jahre erste oder zweite Bundesliga Fußball gespielt. In den Anfangszeiten macht man sich da noch keine Gedanken. Das kommt meistens, wenn man eine eigene Familie hat, dass man auch mal an die Karriere nach dem Fußball denkt und dann macht man sich schon mehr Gedanken, aber schiebt das vielleicht immer ein Stück weit vor sich hin. Ich sage immer so, ab 30 merkt man dann schon das eine oder andere Zwicken im Körper und macht sich dann echt Gedanken, was nach der Karriere passiert. Nicht nur beruflich, sondern auch, ob man überhaupt noch vernünftig Sport treiben kann. Wie gesagt, im jungen Alter hatte ich schon eine sehr schwere Verletzung, ein Wadenbeinbruch mit Synosmosebandriss, musste da auch ein halbes Jahr pausieren und das war so der erste Rückschlag auf dem Weg zum richtigen Profifußball. Und sonst in meiner Karriere hat man mal einen Bänderriss gehabt oder mal einen Innenbandriss im Knie, mal eine Schulter ausgekugelt. Aber das sind alles Verletzungen, wo man weiß, da wird man schnell wieder fit. So größere Verletzungen wie Kreuzbandrisse oder Knorpelschehen im Knie, da bin ich Gott sei lang verschont geblieben. Aber natürlich macht sich doch ein gewisser Verschleiß in den Gelenken bemerkbar. Also ich habe meine Karriere 2014 beendet, sind jetzt acht Jahre schon, wo ich keinen Leistungssport mehr betreibe. Mache trotzdem noch regelmäßig Sport, jedoch morgens nach dem Aufstehen die Treppe runter zum Frühstückstisch, das fällt schon ein bisschen schwer, bis die Gelenke ein bisschen warm geworden sind. Das dauert doch schon, weil ja Leistungssport macht sich einfach bemerkbar. Ich habe immer gesagt, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, war ja eigentlich von Anfang meiner Karriere bis zum Ende verrückt nach Fußball. Das ging im Kindesalter schon los, dass ich nach dem Training immer noch draußen auf Fußball gespielt habe. Fußball war immer für mich das Leben eigentlich. Man musste auch viel verzichten, keine Frage. Und ich würde es immer wieder so machen. Gesünder ist der Profisport in den letzten Jahren vielleicht nicht geworden, weil es gibt natürlich Folgeschehen, Verschleißerscheinungen nach der Karriere, keine Frage. Aber er wurde professionalisiert, das kann man vielleicht sagen. Das fängt mit Herzuntersuchungen vor jeder Saison beim Profifußball an. Man ist ständig von Ärzten auch in der Saison begleitet, von vielleicht Psychologen, von Mentaltrainer, von Fitnesstrainer. Das ist alles schon sehr professionell in der heutigen Zeit oder in den letzten Jahren geworden. Nichtsdestotrotz kann Leistungssport nicht gesund sein für den Körper, weil dafür ist der Körper einfach nicht gemacht, um tagtäglich mehrere Stunden Hochleistungssport auszuüben.